Die Vögel wie nachdem, um Futter anbäckten, aber man hört ja noch später, wenn sie dann fliegen, hört man auch immer wieder, dass sie sich gegenseitig anbäckten. Sie müssen einen grösseren Kreis machen, dass sie hinterher auch noch etwas sehen. Du siehst jetzt einpacken, dann hat sie wieder Ruhe und dann nachher geht es gleich los. Das ist jetzt? Daher kommt jetzt doch einer.